Mach doch wieder Laune! So, hi Leute! Ja, wir sehen können, bin ich wieder in meinem Drei. Und es geht jetzt ab nach Bielefeld. Da ist heute so ein Sportwagen-Treffen. Keine Ahnung, ich hab das gesehen auf Facebook, wurde ich da so eingeladen. Und ich dachte mir, ja, voneinander nach Bielefeld ist jetzt auch nicht so weit, kannst du mal kurz hinfahren. Und ja, da wollte ich jetzt einfach mal mitnehmen und mal zeigen, was da für Autos sind, ob es lohnt. Und der Wetter ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Ja, lass uns mal überraschen, wie das da ist, ne? Alles klar, dann geht's gleich weiter, aber bis gleich! Achso, und dann wollte ich euch nochmal kurz den Mikrounterschied nochmal zeigen. Ich hab das jetzt mal angehört bei den Videos. Also, ich mach gleich mal einen Unterschied zwischen dem Mikro, was ich hier habe, und dem, was in der Sony ist. Und dann hört ihr, ja, viel mehr den Wagen, wenn ich so. Das ist von der Sony abmache, wenn ich so bestäunige jetzt, dann war alles ziemlich laut. Und wenn ich das jetzt hier habe, das Mikrofon, das ist viel besser wie die Stimme. Ui, ganz schön dreckig. Ja, nur mal zum Vergleich, boah. Einmal Sony, und einmal zu. Alles klar, gleich geht's weiter. So, und das ist jetzt das Mikro von Samsung S7 Edge. Und, äh, ja, Wetter ist echt beschissen geworden. Scheiß, ey, ja, wie schon wieder. Äh, egal, gerade bei Sonne, und jetzt ist Katastrophe da vor uns. Seht ihr ja. Naja, noch, äh, vier Stunden sind wir da. Ja, wie ihr sehen könnt, äh, hat uns der Regen auch erwischt. Ey, so'n Scheiß, oh. Putzt das Auto, Wasser ist, und dann kommst du durch den Regen. Naja, egal was soll's, kann man ja nicht ändern. Keine Auto zu sehen hier. So'n Scheiß. Also wir sind ja gerade am Restaurant vorbeigefahren, wo sie sich alle getroffen haben. Aber, da war alles proppe voll, weil's am Regen war, da haben sie sich alle untergestellt. Hm, 7er BMW. Ich dachte mir, jetzt stellt's nicht mehr hin, vielleicht kommt ja immer was vorbeigefahren. Ich komm mir so ein bisschen vor wie bei Need for Speed, damals die Polizei. Wenn die auf jemanden wartet. So, und dann wollen wir noch mal, noch mal hinfahren, wa. Jetzt hat's aufgehört zu regnen. Und vielleicht sind jetzt ein paar Leute mehr gekommen. Aber ich hab irgendwie so befürchtet, dass das heute nichts mehr wird mit dem Wetter. Und dass die Leute kommen. Ah, da ist ein R8 V10. Der ist doch nett. Jetzt fahren wir noch mal hinterher. Und vielleicht will der ja auch dahin. Aber sieht schon geil aus. Ich glaube, das ist ja ganz neu. Von den Lichtern her zu sehen. So, jetzt kommt auf der linken Seite hier gleich das Restaurant nochmal. Jetzt seht ihr das alles. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Das sieht schon fett aus so. Da kommt schon jemand wieder, der will ja Fotos machen. Geht das so? Ja klar, ich wollte dich hier einparken. Dann kommen wir auch oben raus. 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 Beide ich, das ist ein Wohl! 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 Warum darf ich doch fahren? Dann kann ich direkt auf einen Weg in den Hohenhof. Ein paar coole Karren hier. Eine Mercedes Fraktion hier. Der M6. Schon eher mein Fall. So. 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 Der hat den Moment vom Maske. Ja, ich hoffe euch hat das kurze Video gefallen. Da habt ihr mal so einen kleinen Einblick bekommen, wie das Treffner ist. War jetzt nicht so viel los, weil das Wetter war echt scheiße. Ja, aber kann man nicht ändern, man muss am besten raus machen. Schreibt einfach mal drunter, wie euch das Video gefallen hat. Und ja, über ein Like und ein Abo würde mich natürlich auf freuen. Und in dem Sinne sage ich, bis die nächste Woche. Haut rein! Tschau! Parks – football – Parks – Bayoui –